Wir sind die einzige American Football Mannschaft in Brandenburg, die Ölwa Football spielt. Das ist anstrengend. Ich möchte, dass ihr euch da jetzt konzentriert drauf, was ihr zu tun habt, mit welchen Teams ihr seid, dass wir keine Personal-Fuck-Ups haben. Und, dass ihr vor allen Dingen eins tut, Spaß haben. Hier geht es eh um nichts mehr. Hier geht es darum, dass ihr Spaß habt, dass ihr lernt von Leuten, die in zwei Wochen gegen uns wieder antreten werden, mit den Männern, zehn Leute davon, die werden hochwechselt, werden einen Spielerpass beantragt, gehen zu den Männern. Und da kriegen sie dann die Fälle. Das verspreche ich euch. Das kann alles. Und du, als könnt ihr euch das Wort besprechen. Ist das nicht klar? Das heißt, jeder von uns muss doppelt arbeiten? Äh, lass uns durch. Insbesondere die Leiden? Deshalb stört die nicht. Ich will einmal durch diese Leiden durchkommen und sagen, nee, Alter, ihr könnt mich am Arsch lecken. Fress meinen Stau. Besonders das 67er Baby. Aus dem Rasen gibt es aber keinen Stau, den verursachen könntest. Das ist scheißegal, sonst hätte ich meine Kanker fressen. Sie werden auch bestimmt wieder auf den vieren Sachen machen, also passt auf. Auf-Zeit-Linebacker, in-Zeit-Linebacker. Passt auf. Passt auf. Passt auf. Passt auf. Neh, doch... Kampfer! Mach's gut! Mach's gut! Hab ich ja vergessen, da? Ich weiß, wie er geht. Iron! Ja! Ja! Iron! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020